Special Ammo, falls du anderen brauchst. Ich hab noch zwei Kürbis. Achso, okay. Ich werde mich gleich irgendwo verstecken und... Oh, die Hives oder der Zombie sieht auch lustig aus. Noch ein Kürbis. Ich verstecke mich gleich hinter Scheune und starte mal Hand neu. Ich kann nicht in meiner Karte sehen. Guck mal, ob das nur jemand nehmen kann hier. Was ist denn das? Ein Käfer. Äh... Ja, rein theoretisch. Ich kann aber grad nicht viel sehen, das ist das Problem. Tja. Ich lauf grad durchs Schwarze. Ja.